Die Schwerlasttransporter Elefant, Franziska und Mammut sind militärische Sonderentwicklungen der Bundeswehr und werden bei den Instandsetzungs-, Transport- und Logistikbataillonen der Divisionen und Korps sowie der Streitkräftebasis eingesetzt. Entstehungsgeschichte SLT 50 Elefant Der Panzertransporter der ersten Generation der Bundeswehr, der 25 TGLW von 1212-45 VSA, wies bereits zu Beginn der 1960er Jahre eine zu geringe Transportlast auf und wurde durch eine neue Beschaffung ersetzt. Die Weiterentwicklung dieses Fahrzeugs, der VN 1212-50 VSA mit vier angetriebenen Achsen und dem MTU Mercedes-Benz MB 837 IA 500 als Triebwerk, gilt als Prototyp des späteren SLT 50. Zusammen mit den USA wurde unter der Designation HEAD 70 SLT 50 die Gemeinschaftsentwicklung eines neuen Transporters, unter anderem für das Projekt Kampfpanzer 70 in Angriff genommen. Mit der Einstellung des Projektes im Jahr 1970 wurde ebenfalls der Panzertransporter gestoppt und faun und grob mit einer Neuentwicklung beauftragt, da immer noch Bedarf bestand. Gefordert waren Beweglichkeit im Gefechtsfeld, Bergung im Gelände und Transport von Großgerät auch bei ungünstigen Straßenverhältnissen. Erste Vorserienmodelle wurden bereits 1971 getestet und die Ergebnisse resultierten in einer Beauftragung für die Serienfertigung. Im April 1976 lieferte faun die ersten von insgesamt 324 geländegängigen Zugmaschinen SLT 50 bis 2. Auslieferungssende war 1979. Die Firma Kessbura lieferte nach dem Kauf der Lizenz von Krupp die gleiche Anzahl Auflieger. 1988 wurden die Zugmaschinen einer Wertsteigerung unterzogen. Die Hydraulik wurde erneuert, das Bremssystem verbessert sowie die komplette Elektrik neu verlegt. Von 1995 bis 1999 kamen die Maschinen zu faun für eine Hauptinstandsetzung und wurden dabei von 50 bis 2 auf 50 bis 3 umgerüstet. Die meisten der Änderungen waren nicht so deutlich erkennbar. Es wurde vor allem an der Tauglichkeit für den Straßenverkehr und dem Komfort für die Besatzung gearbeitet. Die Ergonomie im Cockpit wurde verbessert und auf den Einsatz asbestfreier Materialien geachtet. Die größte Modifikation erfuhr das Fahrzeug im Triebwerksbereich, wo der MB 8 Zylinder gegen einen neuen Deutz 12 Zylinder gleicher Nennleistung, aber mit verbesserter Wirtschaftlichkeit und mehr Drehmoment ausgetauscht wurde. In diesem Zusammenhang wurde auch das Getriebe des SLT 50 modifiziert. Als Resultat kann die Zugmaschine nun auch den neuen Auflieger mit Maximalzuladung ziehen. Im Rahmen der Auslandseinsätze wurden 10 SLT 50 bis 3 von der Bundeswehr in Zusammenarbeit mit Rheinmetall mit einer Zusatzpanzerung ausgestattet, um das Schutzniveau für die Besatzung zu erhöhen. SLT 56 Franziska Mit der Einführung des Leopard 2 wurde auch ein neuer Panzertransporter benötigt, der das neue Kettenfahrzeug mit seinem gestiegenen Gesamtgewicht transportieren konnte. Die Entscheidung fiel zugunsten einer nicht geländegängigen Konstruktion, da die Anforderung der Bundeswehr nur den Transport über asphaltierte Straßen im Inneren des Landes beinhaltete. Ein erster Prototyp wurde unter der Bezeichnung FS 42 75 42 bereits 1979 getestet. Diese Tests mit dem mit einem KHD BF 12L 413 FC und einem 16-Gang-Getriebe von ZF ausgerüsteten Prototyp endeten erst 1988. Mit der Endbezeichnung FS 45 75 42 wurde das Fahrzeug dann von faun in Serie hergestellt. Es erhielt einen 56T-Auflieger der Firma Caspora. Auf den ersten Blick ähnelt der SLT 56 dem SLT 3. Februar 50 sehr. Erst bei genauerem Hinsehen offenbaren sich die Unterschiede, besonders im Bereich der Front und des Motors hinter dem Fahrerhaus. Insgesamt beschaffte die Bundeswehr 1989 49 Panzertransporter, an denen 1993 aufgrund der Erfahrungen in Somalia einige Umbaumaßnahmen erfolgten. SLT 2 Mammut Mit der Einführung des Leopard 2A6M und der Vorstellung der Kampfwertsteigerung auf den Leopard 2A7 wurde die Notwendigkeit eines Schwerlasttransporters deutlich, der in der Lage sein würde, den wieder schwerer gewordenen Kampfpanzer der Bundeswehr zu transportieren. So wurde von Rheinmetallmann Military Vehicles eine neue Zugmaschine vorgestellt. Schwerlasttransporter SLT 50 Elefant Der Schwerlasttransporter Elefant gehört zu den Fahrzeugen der zweiten Generation. Die Sattelzugmaschine 50 bis 2 wird von einem wassergekühlten Mercedes-Benz Dieselmotor mit zwei mechanischen Kompressoren angetrieben, der hinter dem Fahrerhaus angeordnet ist. Dabei verteilt sich die Leistung über ein Wandlerschaltgetriebe auf alle vier Achsen, wobei die ersten beiden als Lenkachse ausgeführt sind. Der Sattelauflieger mit einer Gesamtnutzlast von 52 T hat eine Ladefläche von 7800 x 3150 mm. Seine Höhe lässt sich hydraulisch um plus 1,0,0, minus 80 mm verstellen. Die hydraulisch-mechanische Steuerung der vier Achsen ist abhängig vom Knickwinkel zwischen Zugmaschine und Sattelanhänger und er folgt über den sogenannten Kulissenstein des Aufliegers. Mit der Umrüstung zur Bezeichnung 50 bis 3 erhielt die Zugmaschine einen neuen 12-Zylinder-Deutz-Dieselmotor mit Lade-Luftkühlung, Direkteinspritzung und Abgas-Turbolader. Weitere Änderungen waren Klebefolie als Warentafeln, luftgefederte Sitze und zusätzliche Rückfahrscheinwerfer, Einführung Sattelanhänger 56 T. Klimaanlage bei MS-Ausstattung Zum Bergen und Verladen besitzt der Elefant zwei Rotzler-Hydroseilwinden mit 43 m Seillänge und einer Zuglast von 18,6 T pro Winde. Technische Datenschwerlasttransporter SLT 56 Franziska Der Schwerlasttransporter Franziska gehört zur Fahrzeuggeneration 3 und erweitert die Transportkapazitäten für überschwere Kampfpanzer. Optisch gleich die Zugmaschine dem SLT 50 bis 2 Elefant mit einigen Ausnahmen ist aber ein eigenständiges Fahrzeug. Markantes Unterscheidungsmerkmal sind die Doppelscheinwerfer an der Fahrzeugfront. In technischer Hinsicht sind es der Antrieb, der Motor, der Sattelauflieger und die geänderte Anordnung von Seilwinden und Stauhästen. Wie der Elefant ist auch der Transporter Franziska mit zwei Rotzler-Seilwinden ausgestattet, mit deren Hilfe ein Panzer oder sonstiges Gerät bei Fahrrundtüchtigkeit auf den Tieflader gezogen werden kann. Die Ladefläche misst 8.900 x 3.150 mm, die Last wird auf 24 Räder verteilt, 1993 unterzog die Bundeswehr den SLT einer Hauptinstandsetzung. In dieser Zeit wurden die Kotflügel verstärkt, die Windenverkabelung geändert, luftgefederte Fahrersitze eingebaut sowie zusätzlicher Stauraum geschaffen. Hinweis Franziska ist im Gegensatz zu Elefant kein offiziell eingeführter Name. Im Rahmen des UN-Einsatzes in Somalia war der SLT 56 mit dem alten Auflieger im Einsatz. Der neue Auflieger war also nie in weißer Lackierung im Einsatz. Bilder der weißen Franziska-Zugmaschine mit dem alten Auflieger finden sich in der Bildersammlung auf Panzermodell. Die technische Datensattel-Auflieger mit der Einführung des Leopard 2 A5 und A6 wurde der Auflieger nochmals modifiziert. Die Modifikationen umfassten einen zusätzlichen Stabilitätsholen, wodurch die neue Nutzlast nur 59,7 t beträgt. Zudem wurden Schutzbleche vor den Stoßdämpfern und Abstandstücke zwischen den Auffahrrampen ergänzt. Die Auffahrrampen sind dadurch im aufgeladenen Zustand nicht mehr leicht zur Ladefläche hingeneigt, was nun auch den Transport des MAN 10 TGL zulässt. Schwerlasttransporter SLT 2 Die neue Zugmaschine, von der Bundeswehr als Schwerlasttransporter der zweiten Generation, kurz SLT 2 bezeichnet, kann nicht nur mit einem erhöhten Transportgewicht von bis zu 70 Tonnen aufwarten. Sie wurde auch mit einer verbesserten Fahrzeugschutzausstattung gegen Infanteriewaffen und Granatsplitter versehen, die bei den bisherigen Schwerlasttransportern als MSA nachgerüstet werden musste. Bei der Zugmaschine handelt es sich in der Basis um den MAN HX81, der mit einem 680 PS Leistenden V8 Motor von MAN ausgerüstet ist und die Euro 5 Abgasen-Ohm erfüllt. Die Zugmaschine ist mit zwei 20 T-Winden zum Bergen von Fahrzeugen sowie einer Selbstbergewinde an der Fahrzeugfront mit 8 Tonnen Maximallast bestückt. Es soll für diese Zugmaschine zwei verschiedene Auflieger geben, welche unabhängig beschafft werden. Der kleinere hat eine Nutzlast von maximal 30 Tonnen, der größere eine Nutzlast von maximal 70 Tonnen und wird somit auch den projektierten Leopard 2A7 tragen können. Der 70T-Auflieger hat pro Seite sieben kurze Achsen mit Zwillingsreifen, von denen die zwei ersten und die vier letzten lenkbar sind, um Wendekreis und Reifenabrieb zu reduzieren. Das zulässige Gesamtgewicht des Gespanns liegt bei knapp 130 Tonnen. Die Gesamtlänge beträgt etwa 24 Meter. Wikipedia der SLT II wurde im Laufe des Jahres 2012 bei der Bundeswehr in Dienst gestellt. Bis zum Ende des Jahres 2013 sollen alle zwölf bestellten Kombinationen ausgeliefert sein. Der Gesamtpreis der Fahrzeuge beträgt 12 Millionen Euro. Technische Datensattellauflieger Der Tiefladesattellauflieger 70T, der vom Anhängerspezialisten doll hergestellt wird, verfügt über ein hydraulisches Pendelax-Fahrwerk mit sieben Doppelreifen pro Seite. In Verbindung mit dem dynamischen Schwanenhals soll dies für den Anhänger ein großes Maß an Geländegängigkeit und Fahrsicherheit ergeben. Bei Bedarf können die Lenkachsen des Sattelanhängers manuell ferngesteuert werden. Der Sattelanhänger ist zusätzlich mit Containersicherungselementen ausgestattet und daher für den Transport von zwei 10-Fuß-ISO-Containern bzw. einem 20-Fuß-ISO-Container zugelassen. Der Tiefladesattellauflieger 30T, ebenfalls vom Hersteller Doll, verfügt über ein dreiachsiges Fahrwerk mit Zwillingsreifen und Einzelradaufhängung. Er soll den Einsatz der Sattelzugmaschine in Einsatzländern mit schlechten Verkehrsinfrastrukturen ermöglichen. Der Sattelanhänger ist teleskopierbar, sodass er auch in engem und unwegsamem Gelände einsetzbar bleibt. Der Transport von zwei 20-Fuß-ISO-Containern bzw. einem 40-Fuß-ISO-Container ist möglich. Weitere Nutzer Türkei SLT Franziska